hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge outlaws so wir haben konigunde leider habe ich jolanda nicht mehr gefunden ich hoffe jolanda geht es gut und werden wir jolanda wiedersehen wir brauchen noch da ist noch davon haben wir auch schon ganz schön viel ja vielleicht haben wir auch schon ganze menge ist alles gut was wir haben wir brauchen auf jeden fall noch leder jeder kann man den leder angehen vielleicht eine visum so kleine kajote bist aber auch ganz schön schnell du kleiner kundin war da jemand zieger oder irgendwas ok jolanda nein nein so wir brauchen nein ok ja so dann holen wir uns hier mal eisen das brauchen wir auch steine brauchen auch das alles ok das ist eine kleine miese kajote wir kriegen den schon noch wir kriegen den schon noch so konigunde los geht's was war das habe ich es weggesteckt oder war das einfach ok ein lederstück bräuchten wir mitten in der nacht gehen wir tiere jagen ob das jetzt gut ist oder nicht sagt uns dann das licht ok da war kohle ok aber kohle eigentlich ich hätte gerne tier wenn man da seites das würde ich auch gerne holen wir uns das seit hier So, da bin ich schon wieder abgelöwelt. Ach, das Pferd ist abgelöwelt. Kuligunde! Schauen wir mal. Ist schon gut, aber lieber wären wir natürlich jetzt ein Ledertier. Ja, mit vier Pfeilen werde ich aber ein Ledertier wahrscheinlich auch nicht töten. Kommt auf einmal, was für ein Ledertier? Was fehlt uns denn eigentlich für Pfeile? Oder können wir eh ein paar machen? Dann machen wir halt einmal ein paar. Was ist denn das hier? Metalworking Bench? Super Bench, da könnte man auch Carpentry Bench. Ja, ja. So. Jetzt haben wir wieder zehn Pfeile. Das ist definitiv besser. So, beim Eisen kann ich nicht vorbeireiten. Das muss ich mitnehmen. So. Na, schauen wir mal. Da, 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 da. Na? So. Ah, da holen wir uns auch gut Eisen. Eisen ist auch gut. Eisen ist wichtig. So. Kuligunde! Los, tapferes Pferd! Hab ich dir schon von einem anderen Pferd erzählt? Von Yolanda. Yolanda war das treuste Pferd, das ein Mann hier haben kann. Nein! Ich will doch, ich will doch rappen. So. 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 Und so. Oh. Höre ich da eine Ziege? Ja, ich höre eine Ziege. Komm, Kuligunde. Wir müssen später lupen. Verdammt. Das gibt's ja nicht. Ach ja. So, Crafting. Na, wir brauchen sie ja. Wir verschießen wertig viel. Wir brauchen das. Ganz genau da vorne. Was? Meine Herren. Haha. So. Rohreit. Wir haben Rohreit. Gott sei Dank. So, dann können wir schon langsam mal zurückkehren. Ein weiteres Tier wäre mir natürlich sehr recht. Aber. Ich nehme auch das Eisen. So. Holen wir uns das Eisen. Und da geht's weiter. So. Ja. Und weg ist es. Hm. Crafting. Wir werden das Ganze nachbauen. So, was haben wir da? Vielleicht schlichten. Die Möglichkeit zu schlichten nutzen. So. Was können wir da unten reinlegen? Hier haben wir noch Pfeile. Ja. Ja. So. 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 Und so. Und das Eisen. Oh. Cool. 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 Ja. Wenn nicht Holz haben wir jetzt gerade. Was ist denn das? Naja. So. Eines essen wir noch. Wir haben doch die Kick-Ecks dabei. Da ist nun noch so ein Block. Und wir uns auch noch. Und dann geht's wieder auf. Auf Yolanda. Nein. Doch. So. So. Ja. Gut. Unterwegs sollten wir uns aber schon auch noch. Nein. Wir gehen jetzt. Oder? Es hilft nix. Wir brauchen es. Holz. Ein wenig Holz. Wenigstens. Ein wenig. So. Ah. Gut. So. Wieder rauf. Ja. Kommt. Die Grunde. Das war knapp. Wir hätten tot sein können. So. Schau mal, wie viel wir gleich haben. Holz. Naja. So. Bald könnten wir wirklich Bricks machen. Hey. Super. Ab geht's. Die Gegend da erinnert mich an etwas. Deswegen, ich werde einen Umweg reiten. Weil ich glaube, dass es besser ist. Für mich. König unser. Und uns alle. So. Schauen wir mal. Du leisen. Aber jetzt lassen wir es noch liegen. So. Ein wenig normal. Und weiter geht's. Sag mal. Nein. Ein Wildpferd. Ein Bär. Nein. Nicht zum Bären. Nicht zum Bären. Nicht zum Bären. Nicht zum Bären. To the Bären. Don't feed the bears. Wow. So. 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 Läuft mir da wer nach? Ich hoffe nicht. Ach. Okay. So. Wir sind hier gleich zu Hause. Das müssen wir einen argen Umweg machen, oder? So. Schau mal. Wie geht's dem Kunigunde? Der geht's ausgezeichnet. Der geht's wirklich ausgezeichnet. Hammer. Ach. Gut. Dann ist das fein. So. So. Kunigunde. Da wohnen wir. So. So. Ich würde gerne, ähm... Alle. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Da oben ist Kunigunde. Das ist super. So. Wir brauchen hier. Haben wir da irgendwas drinnen? Schon wieder in Lassung. Wir haben immer in Lassung. So. Wir wollten... Was wollten wir denn bauen? Ah. Ich weiß schon wieder. Das. So. Ja. Für die Bienen, das ist gut. Aber wir brauchen unbedingt das hier. Eine Table Saw. So. Craft. Table Saw. Wir brauchen ein Leder. Und Ironore. Und Ironore ist jetzt nicht so das Problem. Wenn man da drinnen, natürlich... Oh. Wow. Ah. Das werfen wir. Da mal raus. So. Fische. 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 Und Fische. So. Kann man den hier gleich mitgrillen? Mit dem? Glaube ich nicht mehr. Aber drinnen können wir das machen. So. Und zwar. Wenn wir... Was weiß ich. Zwei. Ja. Ja. Fisch. 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 Und Fisch. Schauen wir mal. Ah. Ist das schön. Die Sonne geht auf. Ach. Konigunde. Ein neues Pferd. Konigunde. So. Aufstehen wollte ich ja das hier. Ja. Und das... Moment. Ja. So. Kann das auch... Da kann das draußen stehen. Aber... Es wäre doch viel schöner, wenn es hier stünde. Aber da kann es nicht stehen. Nein. Da kann es nicht stehen. Aber hier kann es stehen. Interessant. Und... So. So. Ich möchte machen. Ja. Dann legen wir mal da das Leder rein. Wir machen zwei Roheide. Das gibt es nicht. Nein. Wir können eine Kappe machen. Hey. Toll. Aber wobei. Warum nicht? Ja. Wir haben aber Schuhe. Okay. So. Dann gehen wir mal da unten rein. So. Schauen wir mal hier. Wir haben ja hier jetzt eine Trinkflasche. Wir haben jetzt das hier und das hier. So. Dann können wir außerdem... Sorry, Scheiße. Planks. Wir brauchen unbedingt Planks. Und für Planks brauchen wir Crafting in hier. Und dafür brauchen wir ein Leder. Das heißt, wir brauchen Roheide. Gut. So. Also. Er hier. Auffüllen. Ach. Gleich mal trinken. Und schon sind wir voll. So. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder zu jagen. So. Das legen wir da am Boden rein. Das heben wir uns später auf. So. Schmelzen wir vielleicht auch gleich ein paar Bricks ein, oder? Schmelzen wir Bricks ein? Ich glaube, das wäre schön. So. Bricks. Was weiß ich. Drei noch rein. So. Und was ist... Crafting All ist echt viel, wahrscheinlich. Wow. Okay. So. Jetzt reicht es mal. Aber... So. Da, 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 da. Da. Das leider. Das können wir machen. Das ist aber Crafting Bench. Die haben wir ja. Eine Fakze. Eine Wall Torch. Die können wir machen. Aber... Wow. Ernsthaft, es ist großartig. So. Tja. Auf aufs Pferd. Und wir wollen irgendetwas jagen. Wenn wir unterwegs Bäume finden, freuen wir uns ja auch. So. Diesmal geht es in die andere Richtung. Und nicht in Richtung Banditen. Aber da sind auch... Nein. Na. Wo? Ja, okay. Ok, das heißt, keine Kuh. Der wird uns Leder geben. Das greift da Kohle Gründe nicht an. Nein! Das kommt davon, wenn man zu wenig Pfeile hat, ja, eher. Also, wo sind wir? Die Richtung? In die Richtung? Sag, war ich ja nicht das Bandit-Camp? Verdammte Bandits! So, Moment. Die Richtung? So. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Da schwimme ich lieber. So. Oh. Warum auch immer dort dieser Bandit ist? Keine Ahnung warum. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Oh. Mein Gott. Aber es war cool. Es war ein cooler Kampf. Und der Bison war besser. Der hat genau gewusst, dass ich nur noch einen Pfeil hatte. Und dann ist er umgedreht und zurückgekommen. Der verdammte Bison. Da 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 da. Ja, manchmal ruckelt es aber. Äh. Bei dem Spiel. Es verzeiht total. Hier. So. Außer dem Exzess. Alles gut. So. Right. Crafting. Ah. Man muss rechtzeitig drauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Ja. So. Da 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 da. So. Laufen wir mal wieder. Ja. Und unterwegs picken wir Sachen ab. So. Da im Gatsch geht es halt langsamer. So. Jetzt muss ich nur wahrscheinlich an den Kojoten vorbei. Na ja. So. Also. Wir schauen mal wieder an den Kojoten vorbei. Wir kommen wieder auf die Map. Aber wir sind am Ende des Sees angelangt. Und da drüben irgendwo liegt unsere Leiche. So. Crafting. So. Und jetzt schwimmen wir runter. Kann ich überhaupt so lange schwimmen? Nein. Mein Pferd. Kunigunde. Hat gerade eine Level bekommen. Mhm. So. So. Moment. Map. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ob Kunigunde da auch steht. Oder ob Kunigunde zu ist. So. So. Kunigunde. Ja. Aber Kunigunde. Aber Kunigunde. Ja. 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 Kunigunde. ich bin ich bin so gespannt 2 teuerstes pferd super das war wieder nach unten so es legt sich alles wieder automatisch ins inventory das ist aber der freut er sich ich mag das eigentlich gar nicht schlichten zunehmlich noch zehn fleisch brauchen jetzt da kundigunde wir waren gerade am bison haben es aber nicht gefunden acht pfeile reichen uns auch nicht aus so wir bleiben mal hier stehen und wir werden diesmal klugerweise mehr was ist wenn ich bei folgen wenn ich kundigunde immer sagt und ich sterbe läuft mir kundigunde dann überall hin und immer nach das wäre auch schon praktisch kundigunde 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 und jetzt testhalber mal sterben kundigunde 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 nach dem baum dann schauen wir nach ledertieren weil wir brauchen wir noch immer wir brauchen noch immer wieder hier so jetzt aber und gleich ist es gut was wir dabei brauchen definitiv feil umbogen so da ist eine schöne weite ebene aber da oben ist das bison ist das unser bison dann gehört sowieso mir schade so ok ok Ah. so das ist nämlich mein bison das pferd über ausrichten einst tötete es mich jetzt tötete ich es jemanden 13 leder mit jemanden hier habe ich noch eine rechnung offen es ist der cojote aber irgendwann werde ich ihn kriegen so das war's für heute jetzt habe ich einmal fünf folgen gemacht schauen wir mal und dann sehen wir schon bis zum nächsten mal danke